Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was sagt die Handschrift über uns aus? Ist unsere Handschrift so einzigartig wie Fingerabdrücke? Unser erstes Beweisstück A? Das ist alles, was ich Ihnen im Moment zeigen kann. Ihr Name war Debbie. Sie war 30. Ein geschiedenes Ex-Model mit einem wiedererkennbaren Kichern. Sein Name war Jeff. Er war 26, ein junger Türke, der die Schule in der 8. Klasse abgebrochen hatte und jetzt 150 Riesen verdiente. Es war die beste aller Zeiten. Sie hatten beide eine Vorliebe dafür, Kokain zu schnupfen. Das Leben auf der Überholspur war gut. Sie arbeitete in der Buchhaltung. Er verkaufte Gebrauchtwagen. Und trotz der gängigen Meinung über das Daten von Kollegen, fingen sie an, sich ineinander zu verlieben. Alle wussten es. Jeder wusste es, als Debbie und Jeff sich nach Hawaii geschlichen hatten. Jeder wusste, dass Martin Miller, der Park Service Mitarbeiter, auf Debbies Hund aufpasste. Jeder wusste es, als Debbie und Jeff zusammenzogen. Jeder wusste, wann ihre Beziehung auf Schwierigkeiten stieß. Und jeder wusste, dass Jeff an diesem Samstag ausziehen würde. Laut Jeff kam er kurz nach dem Mittagessen an. Nichts bereitet ihn auf das vor, was da drin ist. Chris kam er konstruieren, och war schnappen. Er versucht, sie wiederzubeleben. Während er auf die Polizei wartet, folgte ein weiterer Schock. Beweisstück A. Drei Worte, die mit etwas gekritzelt wurden, das aussieht wie roter Lippenstift. Wer hat sie geschrieben? Und warum? Bob Strathdee, der Detective, der die Ermittlungen leitet, erzählt Ihnen nun mehr. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Wir kennen die Todesursache nicht. Ein paar Dinge wissen wir aber schon. Die Tür war verschlossen. Und die Tür war nicht aufgebrochen worden. Wenn das so ist, warum gibt es dann Anzeichen für einen Raubüberfall? Warum ist dieser Ort durcheinander? Eine Menge Dinge ergaben anfangs keinen Sinn. Und dann fängt man an, genauer hinzusehen und diese Unordnung in der Wohnung. Mein Partner und ich kamen zu dem Schluss, dass dies inszeniert war. Das war kein Einbruch oder Raub oder Diebstahl. Wir waren der Meinung, dass die Wohnung absichtlich so hergerichtet wurde. Der Küchentisch lässt vermuten, dass Debbie gerade dabei war, Wäsche zu waschen. Tatsächlich fand die Polizei drei Maschinen voller nasser Wäsche in der Waschküche im Erdgeschoss. Aber im Mittelpunkt der Ermittlungen ist der Spiegel. An jedem Tatort hinterlässt der Mörder etwas oder er nimmt etwas mit. Und das war in diesem Fall sehr zutreffend. Können wir einen dieser Parameter nutzen, um sie zum Täter zu führen, den Täter zu finden? In diesem Fall hinterließ der Mörder eine Nachricht auf dem Spiegel. Können wir diesen Text entschlüsseln und einem Verdächtigen zuordnen? Ein Ermittlungsbeamter findet den Lippenstift, der möglicherweise zum Schreiben verwendet wurde. Die Farbe und die Fingerabdrücke werden untersucht. Das Schlafzimmer wird nach Hinweisen durchkämmt. Zurück auf dem Revier ist Jeff einer der Ersten, den die Ermittler befragen. Er gibt zu, dass in letzter Zeit seltsame Dinge passiert sind. Leute haben ihn angerufen und aufgelegt. Ein Offizier namens Hanson rief die Mietverwaltung an und warnte sie, Jeff keine Wohnung zu vermieten, da er drogenabhängig war. Jeff hat die Polizei angerufen. Es gibt keinen Officer Hanson. Obwohl Debbie währenddessen mit ihm zusammen war, vermutet er, dass sie hinter all dem steckt. Und das war einer der Gründe, warum er sich von ihr trennen wollte. Die Polizisten fragen, wie sie die Trennung verkraftet habe. Schlecht, gibt Jeff zu. In der Woche zuvor hatte sie ihn gefragt, ob die Einnahme von acht Schlaftabletten ausreiche, um sich umzubringen. Ein anderes Mal drohte sie ihm, sich das Leben zu nehmen, wenn er sie verließ. Vielleicht ist das der Grund, warum sie erst gestern ihren geliebten Hund an ihre Mutter abgegeben hat. Die Polizei dachte sicher nicht, dass es Mord war. Er war besorgt, sagte er, wegen des Spiegels. Der Satz, Jeff, du bist der Nächste, klang wie etwas, das Debbie schreiben würde. Zumindest wollte er das glauben, weil es weniger beängstigend war. Hatte Debbie die Nachricht geschrieben und sich dann umgebracht? Um das herauszufinden, müssen wir einen Blick auf Beweisstück A werfen. Das ist eine Handschrift, eine kursive verbundene Handschrift. Wie einzigartig ist sie? Völlig einzigartig. Wir alle haben eine Einzigartigkeit in unserer Handschrift. Wir setzen unsere eigenen Markenzeichen in unsere Schrift. Es ist das Ergebnis all der Jahre des Übens, dass dein Gehirn nun weiß, wie man jeden dieser Buchstaben formt und sie miteinander verbindet. Weiß, welche Proportionen es gerne sieht. Es ist eine einzigartige Fähigkeit, die Muster, die sich über so lange Zeit entwickelt haben, die das Gehirn automatisch zwingt, sie immer und immer wieder zu benutzen. Nehmen wir ein normales Klassenzimmer. Kinder lernen Schreiben, indem sie die Handschrift an der Tafel nachahmen. Aber schon nach kurzer Zeit, wenn eine Lehrerin die Arbeiten einsammelt, kann sie wahrscheinlich die Handschrift jedes Schülers erkennen, ohne auf den Namen zu schauen. Wenn wir die Schule abgeschlossen haben, ist unsere Handschrift im Wesentlichen festgelegt. Aber was ein Dokumentenprüfer in den meisten Fällen tut, ist, nun ja, in der alltäglichen Arbeit ist der Vergleich, die infrage gestellte Schrift mit bekannten Handschriftproben, einen Vergleich zwischen diesen Handschriften anzustellen, um festzustellen, ob sie von ein und derselben Person geschrieben wurden, oder ob sie nicht von der gleichen Person geschrieben wurden, ebenso wichtig. Als die Handschrift des Opfers mit der Handschrift auf dem Spiegel verglichen wurde, nun ja, sehen Sie selbst, keine Übereinstimmung. Aber wenn das Opfer das nicht geschrieben hat, wer war es dann? War es ein Selbstmord? Oder war es Mord? Wie bei allen fragwürdigen Todesfällen wurde auch Debbys Leiche zur Autopsie ins Leichenschauhaus gebracht. Tote Körper erzählen immer Geschichten und man hält sich alle Optionen offen, bis die Autopsie und der Befund abgeschlossen sind. Es gab eine extrem feine Abschürfung der oberen Hautschichten an der Vorderseite des Halses. Und wie die Darstellung zeigt, gibt es ausgedehnte Bereiche von Prellungen auf dem Rücken des Opfers und die offensichtliche am Ende der Autopsie war, dass diese Frau sich nicht selbst erwürgt hat. McOlive kommt zu dem Schluss, dass das Opfer von hinten erdrosselt wurde, wobei der Angreifer möglicherweise auf ihrem Rücken kniete, während er sie wirkte. Außerdem könnte das Opfer zum Zeitpunkt ihres Todes ein Tuch um den Hals getragen haben, das der Angreifer auszog. Die Art und Weise, wie die Leiche gefunden wurde, lässt jedoch auf etwas anderes schließen. Die Positionierung der Leiche, die Ruheposition. Es handelt sich nicht um jemanden, der das Mädchen hasste. Das ist kein verrückter Sexualtäter, der ein Mädchen so zurücklässt. Jetzt fangen die Dinge an, sich zu ergänzen. Du erstellst ein Profil, wenn man so will, von der Person, der ihr das angetan hat. Jemand, der sie aber nicht wirklich hasst. Jemand, den sie wahrscheinlich hereingelassen hat. Jemand, der seine Visitenkarte mit der Notiz am Spiegel hinterlassen hat. Die Dinge beginnen sich zu entwickeln. Wir sind noch weit davon entfernt, einen Verdächtigen zu identifizieren, aber wir beginnen, ein Profil zu erstellen. Das Labor in der Gerichtsmedizin findet Kokain im Blut des Opfers und ein Vaginalabstrich zeigt Sperma. Die Polizei hat Jeff erneut befragt. Er erzählt, dass er an jenem Freitagabend vorbeikam, um fertig zu packen. Es war spät geworden und der Abend endete mit Sex. Am Morgen des Mordes, als er gerade den Umzugswagen abholen wollte, flehte Debbie ihn an, sie seine Wäsche waschen zu lassen. Er sagte, sie müsse das nicht tun. Das war das letzte Mal, dass er sie lebend gesehen hat. Er schwört, dass er den Rest des Morgens damit verbracht hat, den Umzug vorzubereiten. Detective Strathdee erfuhr von der Telefongesellschaft, dass jemand das Opfer aus Montreal angerufen und um 10.56.42 Sekunden gesprochen hatte. Es war einer von Jeffs Autokontakten. Aber er erinnerte sich daran, dass das Opfer gesagt hatte, sie wolle sich an diesem Abend in einem Lokal namens Illusions richtig betrinken. Der Plan war, mit ein paar Freundinnen und vielleicht Martin Miller, dem Park Service Mitarbeiter, hinzugehen. Zwei Tage nach dem Mord kommt Martin zur Arbeit und trägt ein Kreuz, das ihm Debbie gegeben haben soll, weil er auf ihren Hund aufgepasst hat, als sie auf Hawaii war. Aber ein Kollege erinnert sich, dass Debbie das Kreuz in der Woche zuvor getragen hat. Martin Miller hat Autos getankt und Autos gewaschen. Das war seine Aufgabe. Und er sah sie in der Buchhaltung. Und sie war in der Tat eine attraktive, nette Frau. Und Martin wollte wohl in ihrer Gesellschaft sein. Miller behauptet, er sei wegen Debbie gehänselt worden, aber das war wirklich nichts. Oh, er mochte sie, aber sie war zu alt für ihn. Zu alt, um sie als Freundin zu betrachten. Aber wissen Sie, er mochte sie verdammt gern. Als das Thema auf seinen Aufenthaltsort am Tag des Mordes übergeht, antwortet Miller, er sei mit einem Freund namens Tony herumgefahren und sie hätten im Restaurant Grenadier mitten im High Park gefrühstückt. Ich bin zufällig im West End aufgewachsen und ich kenne das Grenadier-Restaurant. Und ich wusste, dass es damals nur saisonal geöffnet war. Und ich wusste, dass es zu dieser Zeit nicht geöffnet war. Und als er erwähnte, dass er mit seinem Freund im Grenadier-Restaurant war, gingen wir dem nach, um die Einzelheiten ihres Besuchs im Restaurant zu erfahren. Aber ein Lügner ist noch lange kein Mörder. Also ruft Stratt D. Tony an, um seine Version des Alibis zu erfahren. Und er erzählt die gleiche Geschichte. Die Einzelheiten des Restaurantbesuchs lagen Lichtjahre auseinander. Vor allem, weil es nicht passiert ist. Und nach einer Befragung von 30 bis 45 Minuten haben wir die Befragung beendet. Kurz bevor wir es beendeten, sah mein Partner ihm in die Augen und fragte, hast du uns die Wahrheit gesagt? Und er fing an zu weinen und sagte, nein, ich habe sie angelogen. Er wollte das Gespräch noch einmal führen. Das taten wir. Und er sagte, Martin habe ihn angerufen und ihm gesagt, er solle uns sagen, dass sie an dem Morgen zusammen waren. Aber er war nicht bei ihm. Die Polizei bittet Tony Miller anzurufen und ihm zu sagen, dass die Polizei mit ihm reden will. Was soll er tun? Miller sagt Tony, er solle sich keine Sorgen machen. Er prallt damit, dass die Polizei ihm alles abgenommen hat und wie dumm sie sind. Aber natürlich hat die Polizei mitgehört. Miller wohnt immer noch zu Hause. Während des Gesprächs mit der Polizei zeigt er ihnen ein Foto von Debbies Hund, welches Debbie ihm angeblich für das Aufpassen des Hundes gegeben hat, als sie und Jeff auf Hawaii waren. Aber es stellt sich heraus, dass Debbies Mutter ihr das Foto erst am Freitag gegeben hat und Jeff sich daran erinnert, es am Samstag des Mordes noch gesehen zu haben. In der Zwischenzeit behauptet ein weiterer Zeuge im Gebäude, Debbie an jenem Samstagmorgen im Aufzug mit einem Mann gesehen zu haben, der einen Kopf größer als sie war. Als die Polizei Miller befragt, beginnt er sich zu winden und sagt, er fühlt sich ein wenig benebelt. Strathie fragt Miller, ob es möglich sei, dass er an jenem Samstagmorgen zu Debbie gegangen sei. Seine Antworten deuten auf einen verwirrten Zustand hin. Nun, es wäre durchaus möglich. So, einfach um mir zu sagen, weißt du, okay, ich kann sie nicht erreichen. Ich gehe nachschauen, ob Debbie dort ist. Und? Kannst du uns dann bezüglich diesem Samstagmorgen helfen? Ich meine, wir wissen, dass du ein Frühaufsteher bist. Ja, klar. Wir wissen, dass du nicht mit Tony unterwegs warst. Oh Gott, komm schon, denk nach. Miller gibt schließlich verwirrt zu, dass er vielleicht gegen elf die U-Bahn genommen hat. Vielleicht hat er ihr noch mit der Wäsche geholfen. Aber dann ist er gegangen. Die nächste Befragung ist sogar noch bedeutsamer. Ich war mir sicher, dass Martin es getan hat. Aber warum will er mir nicht sagen, dass er es war? Wissen Sie, die Dinge häufen sich bei Martin. Was übersehe ich? Was den Fall wirklich erschwert, ist, dass die Polizei keine physischen Beweise hat. Gleich nach dem Mord wurde Debbies Schlafzimmer nach Hinweisen durchkämmt. Ein Beamter fand Handabdrücke an der Wand und nahm einen rechten Daumen und Handabdruck vom Spiegel. Und auf dem Boden des Raumes war ein Lippenstift gefunden worden. Bei der Untersuchung wurden keine Abdrücke auf dem Lippenstift gefunden. Und was den Spiegel und die Wand in der Wohnung betrifft, so gab es keine identifizierbaren Fingerabdrücke, die dem Opfer, Jeff oder Martin Miller gehören. Die Ermittlungen schienen zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück zu gehen. Angesichts des Fehlens von Fingerabdrücken und anderen Beweisen stürzte sich die Polizei auf den Spiegel, das einzige Beweisstück, das den Verdächtigen zur richtigen Zeit am falschen Ort zeigen könnte. Diese Handschrift sieht natürlich aus. Sie zeigt nicht das gekünstelte Aussehen einer verstellten Schrift. Seien wir ehrlich, wenn ich der Mörder wäre und eine Nachricht auf einen Spiegel schreiben würde, würde ich doch meine schwache Hand benutzen oder... Ich würde verkehrt herumschreiben. Ich weiß es nicht. Aber ich würde hoffen, dass niemand jemals herausfinden kann, wer das geschrieben hat. Aber offensichtlich hat die Person, die auf diesen Spiegel geschrieben hat, das nicht in Betracht gezogen. Und ich schätze, er hatte vor allem eine Botschaft im Kopf. Er musste diese Botschaft aufschreiben. Deshalb hat er mit seiner normalen Hand geschrieben. Die Polizei vermutete, dass der Schreiber stehend und in großen Buchstaben mit Lippenstift auf einer glatten Oberfläche schrieb, nachdem er Debbie ermordet hatte. Im Besonderen, ich war sehr beeindruckt oder interessiert an diesem kleingeschriebenen E in dem Wort Nächster. Bei diesem E fehlt ein Stück. Jetzt wäre ich wirklich daran interessiert, dasselbe Muster in dem Buchstaben E in den bekannten Proben zu finden. Wenn es das gäbe, ich denke, dass dies ein ziemlich aufschlussreicher und wichtiger Faktor wäre. Das Problem war, dass die bekannten Proben von Martin Miller mit Kugelschreiber geschrieben waren, schwer zu vergleichen mit drei Wörtern in Lippenstift. Also hatte Strati eine Idee. Er rief Millers Chef an und bat ihn, Miller dazu zu bringen, mit einem Filzstift einige große Schilder für Gebrauchtwagen zu entwerfen. Werfen wir einen Blick auf einige der Proben, die mir als die bekannten Schriften des Verdächtigen in diesem Fall vorgelegt wurden. Hier ist das Wort Sitzen. Beachten Sie die Spitze des E in dem Wort. Es fehlt die Spitze. Hier ist auch ein E in dem Wort geteilt. Die Spitze fehlt. Auch hier ist es sehr offensichtlich, dass wir ein zweitaktiges R haben, genau die gleiche Situation wie auf dem Spiegel. Das U mit seiner Verbindung auf etwa ein Uhr. Und in geringerem Maße das U mit dem langen Strich. Ich glaube, bei etwa zwölf Buchstaben wie diesen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes genau die gleiche Schrift hat bei eins zu einer Viertelmilliarde. Martin Miller ist sicherlich kein klassischer Mörder. Er ist ein sehr, sehr höflicher Mensch. Er ist extrem jung, psychologisch gesehen. Ich glaube, er war zum Zeitpunkt der Tat 19 oder 20. Aber psychologisch gesehen war er viel jünger. Er hatte eine große Portion Respekt und das könnte man vielleicht auf die Liebe zu dem Opfermädchen ausdehnen. Sie war seine Königin. Aber an jenem Samstagmorgen, als Martin Miller zu Debbie ging und sich als Ersatzfreund für Jeff anbot, vermutete die Polizei, dass Debbie ihm ins Gesicht lachte. In diesem Moment übernahm der verrückte Teil in ihm die Kontrolle und er erwürgte sie. Aufgrund einer illegalen Formalität konnte Millers Anwalt die Strafe auf Totschlag herunterhandeln. Und Miller räumte zum ersten Mal ein, dass er Debbie Wright getötet hatte. Die Geschichten in Exhibit A beruhen auf tatsächlichen Fällen. Die Namen der Opfer wurden geändert, um ihre Identität zu schützen. Die Namen der Schuldigen sind echt. Ich verschw巴lia' nicht an sich. Wenn ihr das parent site macht, steigt die Details zu mir. Ich lasse particle diese eineぞre 하나 anfänglich für festeboten. Dass er hierhin überhaupt leist. Joey hat mich auch mir geschlossen und Please tothroat habe. Aber wie ein quadrtać meine Datenbassungsus. Sie haben einenuellen $5 madmachen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020